Herzlich willkommen in Finti's Welt zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein paar Spiele für Nintendo-Konsolen, die aber gar nicht wirklich irgendwie von Nintendo selber sind. Die sind halt meistens zwar von Nintendo irgendwie rausgebracht worden oder haben eine Nintendo-Lizenz oder was weiß ich, wurden aber meistens von anderen Spiele-Schmieden entwickelt oder halt teilweise auch gepublished. Und dazu habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal fünf Spiele zu fünf verschiedenen Konsolen oder Handhelds von Nintendo und zeige euch die mal eben, weil es gibt halt auch, wie man das vielleicht gar nicht so weiß, gibt es auch für die ganzen Nintendo-Konsolen auch sehr viele coole und sehr, sehr gute Spiele, die aber gar nicht von Nintendo selber sind. Viele denken immer so, Nintendo-Konsolen, da kann man nur Nintendo-Spieler drauf spielen. Ist aber falsch. Es gibt wirklich sehr, sehr viele coole Spiele von anderen Entwicklerstudios oder von anderen Publishern für Nintendo-Konsolen, sogar exklusive. So, damit ich gar nicht noch mehr labere, fangen wir einfach mal an. Das erste ist für eine Konsole, die immer noch relativ aktuell ist, die immer noch supported wird von Nintendo, und zwar für die Nintendo 3DS. Und das erste Spiel, was ich hier habe, ist von Konami. Und zwar war das mein allererstes Castlevania. Die Rede ist natürlich hier von Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate. Meine Güte, mit diesem Namen habe ich immer irgendwie Probleme. Eigentlich bin ich gar kein großer Fan von diesem Metroidvania-Prinzip. Ich habe vor kurzem Metroid Samus Returns gekauft, habe das Ganze angespielt, muss aber da sagen, da ist mir dieses ganze Backtracking und diesen Weg suchen, quasi der Weg ist das Ziel, ist ja immer bei diesen Spielen so quasi das Motto. Und das hat mir bei Samus Returns absolut nicht gefallen, weil das einfach zu übertrieben war. Bei diesem Spiel her gibt es natürlich auch einen gewissen Anteil von Backtracking, dass man halt mit neuen Fähigkeiten wieder in einen alten Bereich zurückgehen muss und kann dann dort weitergehen. Aber das war hier nicht so extrem. Man hatte halt immer doch die Möglichkeit, einfach nach rechts oder links zu laufen. Natürlich mal nach oben, nach unten, muss man so ein bisschen hangeln und mit irgendwelchen Ketten sich da rumziehen und so was. Das war okay. War aber halt nicht so übertrieben, dieses ganze Gedöns, dieses ganze Backtracking. Und das hat mir dann hier doch sehr gut gefallen. Was ich natürlich wohl sagen muss, es gibt natürlich mittlerweile dieses Spiel nicht nur exklusiv für den 3DS. Es gibt diese Spiele mittlerweile auch für alle möglichen anderen Konsolen. Es war zeitexklusiv damals für den 3DS. Aber ich möchte es euch trotzdem für den 3DS empfehlen, weil es einfach einen sehr, sehr coolen 3D-Effekt hat. Bei den meisten 3DS-Spielen kann man das ja nicht behaupten. Die meisten sind irgendwie auf Dauer anstrengend, in 3D-Modus zu spielen. Aber hier hat mir das Ganze doch sehr, sehr zugesagt. Mit diesem 3D-Effekt lag wahrscheinlich daran, dass man nicht das komplette Spiel mehr oder weniger in 3D hatte, sondern das einfach nur so ein kleiner... Wenn man sich das Spiel anguckt von vorne, das Gameplay, ist es natürlich einfach ein 2D-Spiel. Man rennt von links nach rechts und rum nach unten, aber man kann halt nicht 3D-mäßig durch die Gegend rennen. Und man hat ja trotzdem einen 3D-Effekt, der sehr beiläufig war. Der war halt nicht so im Fokus. Das heißt, man hatte manchmal einfach im Vordergrund ran, und dann plötzlich irgendwelche Schatten von irgendwelchen Werwölfen oder so vorbei oder weit im Hintergrund flogen plötzlich irgendwelche Vampire durch die Luft oder so. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Wenn man ihn ausgemacht hat, war es immer noch cool, aber mit 3D-Effekt war das Ganze doch schon ziemlich stimmig, muss ich sagen, und sehr, sehr atmosphärisch. Deswegen hatten wir Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate und endlich habe ich ihn richtig ausgesprochen. Für den 3DS sehr, sehr gut gefallen und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Das nächste Spiel ist für den Vorgänger vom Nintendo 3DS, nämlich für den DS, und ist von Capcom. Ja, das ganze Ding ist ein kleines Rätsel-Detektivspiel, so möchte ich es mal beschreiben, und zwar rede ich von Ghost Trick. Das Ganze, da habe ich damals mal ein Video zu gemacht, habe ich schon mal vorgestellt, und ich erwähne es immer wieder gerne, wenn ich irgendwie über Geheimtipps rede oder über irgendwelche Perlen für den DS oder so was. Denn dieses Ding ist wirklich ein Spiel, was ich vorher so noch nie gespielt habe. Und zwar spielt man einen jungen Mann, der heißt Sissl, und Sissl wird am Anfang ermordet. Ziemlich brutal wird der niedergeschossen, und dann plötzlich liegt eine Leiche da rum, aber sein Geist schwebt halt aus der Leiche raus, und man befindet sich dann in verschiedenen Gegenständen, die halt so in näherer Umgebung irgendwie aufzufinden sind. Eine Lampe, eine Leiter, ein Fahrrad, was weiß ich, was halt da gerade so rumstand, am Hafen, wo man halt niedergeschossen wurde. Und dann bewegt man sich über die Gegenstände weiter durch die Level. Das heißt, man kann nicht einfach willkürlich rechts und links durch die Gegend rennen und gucken und nach Hinweisen suchen und so was alles. Man lässt seine Leiche dann halt der Leiche sein, lässt sie liegen und bewegt sich dann über ein Fahrrad zum Beispiel. Da muss man dann einen Mechanismus auslösen, sprich, man tritt einmal in die Pedale, dadurch wird die Kette weitergeleitet, das Fahrrad fährt woanders hin, und man kann sich dann damit weiterhangeln zu einer Schranke, die man dann mit einem Knopf, man muss ja erst den Strom aber anmachen, und das geht aber nur, wenn man halt über eine Leiter irgendwo hochkommt, die muss man aber dann irgendwie auslösen mit einem Knopf, dass die ausfährt oder einfährt oder was weiß ich. Und das fand ich ziemlich cool damals, weil ich bin kein großer Rätselfan, wie ihr wisst, das betone ich immer wieder, aber das hat mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch sehr viele verschiedene Szenarien gab. Man versucht halt einfach herauszufinden, wer man überhaupt irgendwie ist und warum man ermordet wurde und wer der Mörder war und warum man, wie gesagt, ermordet wurde. Und das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das hat sich nachher ein bisschen gezogen, muss ich schon sagen, aber im Großen und Ganzen war es ein tolles Spiel. Es war mal ein komplett anderes Spielerlebnis und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das kostet, glaube ich, gar nicht die Welt. Also ich habe es damals irgendwie neu für 13 Euro gekauft, das ist ja jetzt auch schon wieder 4, 5 Jahre her, oder wann ich das gekauft habe, keine Ahnung. Deswegen Ghost Trick von Capcom für den Nintendo DS, definitiv ein Highlight für mich gewesen und ist nicht von Nintendo. Bevor wir dann jetzt zu den letzten neuen Konsolengenerationen von Nintendo kommen, möchte ich noch ein Spiel für den Nintendo Gamecube zeigen. Ihr merkt, ich habe so die ganz alten Sachen, so das N64, Super Nintendo, NES und Gboy, habe ich mal rausgelassen, weil ja damals waren halt irgendwie alle Spiele, oder gab es generell von allen möglichen Publishern und Entwicklern irgendwie gute Spiele. Mittlerweile gibt es die immer noch, aber die meisten kennen sie halt leider nicht. So, und das nächste Spiel ist nicht exklusiv für den Gamecube rausgekommen, gab es auch damals für die Playstation 2, glaube ich, und ist von Capcom mal wieder. Capcom macht ja generell ganz gute Sachen, muss man ja sagen, ne, auch wenn viele davon nicht so mein Ding sind, aber trotzdem machen sie gute Sachen. Und zwar rede ich diesmal von Beautiful Joe. Zu Beautiful Joe, ich habe da gar nicht mehr so mega viele Erinnerungen. Auf jeden Fall weiß ich halt, dass Beautiful Joe ein kleiner Superheld war, der sich halt in einer Jump-and-Shoot-und-Brawler-Manier, oder wie man es nennen möchte, durch die Weltgeschichte kämpft und das halt ziemlich stylisch. Das Ganze ist vor allen Dingen sehr charmant durch den Grafikstil, weil das halt so ein bisschen gezeichnet Comic-mäßig aussieht. Ich weiß gar nicht, womit könnte man das vergleichen. Das war so ein bisschen Cell-Shading-Optik à la Borderlands, aber dann halt in 2D und das war halt einfach auf dem Gamecube damals eine sehr coole Grafikerfahrung, muss ich sagen, weil sowas habe ich vorher noch nie gespielt. Spielerisch war das Ganze halt wie, ja, die meisten anderen, wie nennt man denn solche Spiele? Nennt man sich Brawler? Wo man sich halt durch die Gegend prügelt? Ich glaube schon, oder? Ich bin in diesem Genre nicht so vertraut, deswegen kann ich das nicht genau benennen, aber auf jeden Fall hat mir das ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. Steht denn hier irgendwas drauf? Aus dem gewöhnlichen Joe, doch der absolute Superheld, Beautiful Joe. Atemberaubende Grafiken im Manga-Stil, explosive, synastische Soundeffekte, ja, alles klar. War auf jeden Fall ein sehr gutes Teil, kann ich euch auch nur empfehlen. Für den Gamecube gibt es mittlerweile halt auch, oder gab es damals, glaube ich, sogar, wie gesagt, auch für die PS2. Könnt ihr euch mal angucken. Gutes Ding. Jetzt haben wir zwei Spiele, ich fange mal mit dem Vor-Voreltesten. Ich mache mal das für die Wii U. Nämlich die Wii U ist ja so langsam so ein bisschen zu Grabe getragen worden, muss man leider sagen. War für mich eine sehr, sehr coole Konsole, ich habe damit sehr, sehr gerne gespielt und es gibt auch wirklich viele gute Spiele, die die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben. Ich möchte dazu auch mal ein Sammlungsvideo in meiner Videobeschreibung verlinken, und zwar von guten Game-Männchen, weil die Wii U ist für ihn eine seiner absoluten Lieblingskonsolen und er hat eine sehr, sehr coole Sammlung zu dieser Konsole sich zusammengesammelt in den letzten Jahren und das könnt ihr euch in meiner Videobeschreibung angucken, denn da findet ihr noch jede Menge Tipps und coole Spiele für die Wii U. Also jeder, der behauptet, die Wii U hatte keine Spiele, hat einfach keine Ahnung. Und klar gab es nicht die Welt, aber es gab doch schon mehr Spiele, als die mir hat, so weiß. Und eins davon kommt von Ubisoft und ist kein Geheimtipp, aber ist für mich eines der besten Wii U-Spiele überhaupt. Es gab auch noch ein paar andere gute Wii U-Spiele, aber das hier würde ich, ich habe es glaube ich sogar in meiner Top-Liste damals ziemlich weit vorne gehabt, und zwar rede ich hier von Rayman Legends für die Wii U. Es war damals auch zeitexklusiv für die Wii U, beziehungsweise sie haben das dann irgendwann auch glaube ich kurz danach für die PS4, PS3, damals PS3, dann PS4 und PS Vita und so rausgebracht. Eine sehr, sehr wichtige Spielmechanik kann man halt optimaler nur auf der Wii U nutzen, und zwar den Koop-Modus. Den Koop-Modus, den spielt man nämlich mit dem Gamepad. Das heißt, einer spielt auf dem Fernseher, spielt dann Rayman und der andere spielt diese Fliege, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn noch? Steht das hier drauf? Nee, leider nicht. Auf jeden Fall gibt es ja diese Fliege bei Rayman, die man im Koop-Modus dann mit dem Tablet spielt. Das heißt, man kann zu zweit spielen und selbst jemand, der absolut keine Ahnung von Videospielen hat oder noch nie ein Controller in der Hand hatte, nimmt sich das Tablet und weiß genau, was er machen muss. Weil man muss quasi mit dieser Fliege bestimmte Wege freischalten. Das habe ich sehr gerne mit meiner Frau zusammengespielt. Ich habe dann Rayman gesteuert, bin gelaufen und sie hat dann gesehen, oh, da vorne kommt jetzt irgendwie, da ist ein Abgrund, da muss ich eine Plattform drüber machen, hat da hingedrückt, einfach einmal draufklicken und die Fliege hat da, wo sie es halt gezeichnet hat, die Brücke hingemacht oder die Plattform oder so. Und das war einfach cool damals, weil das halt diese Konsole optimal ausgenutzt hat. Dieses Gamepad und gleichzeitig am Fernseher spielen. Und das gibt es ja mittlerweile auch für die PS4 mit den Handys. Da kann man ja, ich glaube, Hidden Agenda ist so ein typisches Spiel dafür. Und das fand ich halt damals sehr großartig. Und das kann man halt auf der Playstation 3 oder Playstation 4 oder auch auf der Vita halt nicht so cool im Koop spielen. Da wird die Fliege da meistens automatisch gesteuert. Was natürlich auf der Wii U, wenn man alleine spielt, auch passiert. Aber wenn man halt nur zu zweit spielt, kann einer diese Fliege da steuern. Und das fand ich sehr, sehr cool damals. Deswegen, Realm & Legends, unabhängig von diesem Koop-Aspekt, ist natürlich trotzdem ein geiles Spiel. Also lassen wir mal diese Musiklevel, die halt granios sind, einfach mal außen vor. Ohne die wäre es immer noch ein fantastisches Spiel, weil einfach diese ganzen Ideen, die sie da reinbringen, dieses Spiel hier, die sind einfach der Wahnsinn. Das ist für mich eines der besten 2D-Jump'n'Bands überhaupt. Da kommen selbst manche Mario-Titel nämlich nicht mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen kann ich euch Realm & Legends nur empfehlen und vor allen Dingen halt für die Wii U. Das letzte Spiel ist auch dann gleichzeitig das aktuellste und für die aktuellste Konsole, nämlich für die Nintendo Switch. Und dort ist wieder ein Spiel erschienen, wieder mal von Ubisoft. Weil Ubisoft habe ich das Gefühl, die versuchen es immer mal wieder mit Nintendo-Konsolen und wollen da ein Spiel für raushauen und die Konsolen halt supporten. Bei der Wii U war es dann halt leider so, dass sie irgendwann gedacht haben, die ganzen Ports zu Watch Dogs und so ein Gedöns, das ist halt irgendwie nix. Das hauen wir einfach so raus, weil die Konsole ist sowieso schon halb tot. Was ich sehr schade fand damals, weil mit Realm & Legends und auch mit Zombie U haben sie einen sehr guten Start auf der Wii U hingelegt, meiner Meinung nach. Aber auf der Switch haben sie dann wieder neu angefangen und haben sich gesagt, komm, jetzt supporten wir die Konsole von Nintendo wieder und haben ein Spiel entwickelt. Mario Rabbids Kingdom Battle heißt das ganze Ding. Habe ich in meiner Top-Liste für das Jahr 2017 ausführlich oder relativ ausführlich darüber gesprochen, warum ich das Ganze so cool finde. Aber ich möchte es nochmal besonders hervorheben, weil es ist halt exklusiv für die Switch. Das gibt es auf keiner anderen Plattform, dieses Spiel. Und das ist halt eine geile Sache, weil es ist wirklich ein solides Taktik-Spiel. Es ist ja vom Gameplay her so XCOM-mäßig, aber halt mit dem Humor von diesen Rabbids und ein bisschen verknüpft mit Mario, mit dem ganzen Mario-Universum. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Ich erinnere da immer gerne an die Pressekonferenz auf der E3, wo Shigeru Miyamoto das Spiel vorgestellt hat und der Entwickler von diesem Spiel, von Ubisoft, unten im Publikum saß und so ergriffen war, weil Shigeru Miyamoto sein Spiel so gelobt hat und das überhaupt vorgestellt hat. Das hat den Mann da unten so ergriffen, dass er angefangen hat zu weinen im Publikum. Und das zeigt allein schon, wie wichtig ihm dieses Spiel war und was er da für ein Herzblut und für eine Liebe reingesteckt hat. Und deswegen habe ich mir damals gesagt, allein wegen diesem Moment auf der E3, habe ich mir gedacht, komm, dieses Spiel musst du dir einfach mal bestellen und guck es dir mal an, egal was das für ein Ding ist. Denn wenn Shigeru Miyamoto das vorstellt und der Mann sich da so darüber freut, das muss einfach irgendwas Besonderes sein. Damals wusste ich noch gar nicht, was es überhaupt ist. Dass es halt so ein Taktik-Spiel ist, das habe ich halt erst viel später irgendwie mitbekommen. Was aber egal ist, es ist ein geiles Ding. Ich habe damit, glaube ich, 25 oder 30 Stunden irgendwie verbracht. Habe hauptsächlich natürlich die Hauptstory durchgespielt. Und das ist ein cooles Teil. Es ist witzig, die Story ist gut erzählt, das Gameplay macht Spaß und es ist alles schön bunt und die Welten sind toll. Cooles Teil. Kann ich euch nur empfehlen. Mario & Rabbids Kingdom Battle für die Nintendo Switch. Exklusiv. Ich, ja gut, was sollen, ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass sie auf andere Konsolen bringen, aber warum sollten die das machen, es ist ja Mario mit dabei. Das war auch Nintendo wohl kaum zulassen. Naja, so, das waren meine fünf Spiele für Nintendo-Konsolen, die gar nicht von Nintendo sind, die trotzdem gut sind. So, wenn ihr solche Spiele auch habt, es gibt ja noch viel mehr solche Spiele, die irgendwie nicht von Nintendo selber sind, aber trotzdem geil sind, obwohl sie nur auf Nintendo-Konsolen rausgekommen sind. Wenn ihr von diesen Spielen noch mehr wisst, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Bin ich mal gespannt, wer ihr noch so viele Tipps habt. Vielleicht kann ich dann noch ein bisschen was nachkaufen oder so. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr vielleicht sogar das ein oder andere Spiel, das von mir noch empfohlen bekommen habt, was ihr vorher noch nicht kanntet. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Tschüss.